EU-Kommissionspräsident Juncker, mein Freund Vladimir Putin, wir sind schon seit Jahren Freunde, obwohl man heute nicht sagen darf, dass man mit Putin befreundet ist, so Junckers in einem Interview für die niederländische Tageszeitung truf. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in einem neuen Interview die aktuelle Entwicklung im Verhältnis zu Russland kritisiert. Mein Freund Vladimir Putin, wir sind schon seit Jahren Freunde, obwohl man heute nicht sagen darf, dass man mit Putin befreundet ist, ich war seinerzeit sehr unangenehm von einem Satz des Präsidenten Obama betroffen, als dieser sagte, Russland sei bloß eine Regionalmacht, sagte Juncker in einem Interview für eine niederländische Tageszeitung, Europa muss laut Junckers lernen, Russland auf Augenhöhe zu begegnen, er warnte davor, das Land zu unterschätzen, wenn Russland etwas nicht sei, dann eine Regionalmacht, betonte Juncker, wir müssen es lernen, mit Russen auf Augenhöhe zu sprechen, Europa müsse den Kontakt mit Russland wieder aufnehmen, Russland ist ein wichtiger Akteur, es gibt keine Sicherheitsagenda für Europa ohne Russland, mir gefällt die aktuelle Rhetorik des Kalten Krieges nicht, so Juncker weiter, der Kommissionspräsident rief die Europäer zu Bescheidenheit auf, wir Europäer denken manchmal, dass wir die Herren der Welt sind, wir vergessen, dass wir ein kleiner und schwacher Teil des Universums sind, Europa verliere allmählich die wirtschaftliche Stärke, wir kommen langsam aber sicher vom BIP von 25% auf 18 bis 16% herunter, und zur Situation Europas sagte Junckers weiter, wir existieren kulturell, aber wir sind nicht dominant, daher lade er alle immer ein, bescheidener zu sein, wir müssen tatsächlich auf den Rest der Welt hören.